Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Kummer in Konka Alarmstufe Rot 1 und wie wir sehen, vorletzte Mission. Richtig gut, vorletzte Mission, ey. Richtig krass. Ich glaube, heute schaffen wir das sogar. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen Portugal und Südspanien. Ich gehe mal nach Südspanien, so. Ich kann nicht glauben, dass sie sich in den Einstern zu halten, in so eine poorly-defendeden Bereich zu halten. Believe es oder nicht, sie hat ihn. Und jetzt haben wir ihn. Der Transmitter ist undetectbar und hat eine Range von 500 Mils. Was macht ihr denken, dass die Allies versuchen, ihn zu versuchen? Certainly, sie denken, dass er in den Attacken auf der Base ist. Das wäre wahr, wenn ich nicht informiert habe, um den Einstern zu verabschieden, um den Einstern zu verabschieden, um den Einstern zu verabschieden. Die Allies werden kommen für die Prise. Und wir werden können ihn durch seine Beobachtung verabschieden? Ja, comrade. Und er wird uns direkt nach dem Chronosfer. Einstern zu verabschieden, Kamer. Einstern zu verabschieden, Kamer. Allied Co-ordinaten kommen in jetzt. Mit der Chronosfer und der Iron Curtain, bald werden wir uns in den Invincible stehen. Prepare a strike team. Be careful. The Allied radar automatically sends a destruct code to the Chronosfer if an intruder is detected. If you are detected before the radar is captured, we could lose the Chronosfer. Losing the Chronosfer is not an option. Yeah, Freunde. Das war die Fertigstellung eines russischen Panzers. Richtig stylisch auf jeden Fall. Ja, Freunde. Wie gesagt, also... Nicht wie gesagt, ich sage immer wie gesagt. Warum sage ich das immer? Ja, ich habe bei der letzten Mission gedacht, dass es da Anschiss vom Stalin gibt, aber ich... Ne, das war ein... Das habe ich da verwechselt. Das war anscheinend dann doch in der nächsten Mission. Auf jeden Fall. Die Chronosfer gibt es noch. Schön viel Platz, das ist so schön hier. Ja, die Chronosfer gibt es noch. Direkt weg damit. So, die Chronosfer gibt es noch und wir sollen sie jetzt definitiv endgültig erobern. Und, äh, ja. Erstmal die Scheiße hier wegmachen. Nervt doch ganz schön hier. Ja, weg damit. Alles klar. Aber jetzt nur noch ein paar Männchen. Und, äh, ja genau. Und wir müssen jetzt hier die Radarzentralen einnehmen, glaube ich. Ja, einnehmen. Ne, zerstören, so, um zerstören. Bevor die... Bevor wir die Chronosfäre aufdecken. Also auch hier gilt es, äh, vorsichtig die Karte aufzudecken. Oh, das Feld hier, das reicht nicht lange, aber ich packe die Raffinerie jetzt erstmal hier. So. Ähm, und danach... Dann halt alle... Naja, obwohl... Eigentlich ist die Mission... Das ist ja auch so verwirrend, ne? Ähm, normalerweise wird gesagt, dass wir nur die Radarzentralen ausschalten sollen. Aber wir sollen alles killen, sozusagen. Und hier Missionsbriefing steht halt noch geschrieben, dass, äh, man die, äh, Chronosfäre erobern soll oder so. Aber das stimmt nicht. Wir müssen einfach alle Einheiten und Gebäude zerstören außer der Chronosfäre. Weil der Stalin die halt haben will, ne? Das ist ja klar. So. Und, äh, genau. So sieht's aus. Vorletzte Mission. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir das heute sogar noch mit dem Let's Play hier. Das wird... Das wäre doch sehr krass, würde ich mal sagen. So. Ja. Letzte Mission. Ähm, hat eine Stunde gedauert. Äh, es kann sein, dass ich hier auch wieder so lange brauchen werde. Weil die letzten Missionen der Sowjets sind schon krass. Also, die fressen extrem viel Zeit. Und, äh, ja. Schauen wir jetzt erstmal, wie wir uns hier aufgebaut kriegen. So. Nein, ich hab's hier unseren. Ja. Gut. Und dann hab ich jetzt erstmal einen zweiten Sammler in Auftrag gegeben. Ach, hier noch. Weil ich brauch hier jede Kohle, die ich hier kriegen kann. So, dann kann ich die Energie schön hier oben... Ich hab hier so viel Platz, das ist so herrlich. Wo ich mich hier schön entfalten kann, endlich mal. So, dann bau direkt mein Kampfpanzer. Zweite Sammler kann direkt da reingehen. So. Ich glaub, danach werd ich sogar noch ne Raffinerie bauen, ja. Ich hab im Moment so viel Kohle, dann passt das schon. Und, äh... Ja, hoffen wir mal, dass wir hier erstmal in Ruhe gelassen werden. So, dann baue ich nochmal ne Raffinerie, ne zweite. Und direkt einen Raketenwerfer hinterher. Oder zwei sogar. Zwei Raketenwerfer würde ich bauen. Und wir sehen die Map. Äh, verdammt riesig. Und, äh, ja, müssen wir gleich... Müssen wir mal gucken, wie wir's hier machen. Auf jeden Fall Schritt für Schritt auch wieder erkunden. In der Map hier haben wir leider keinen, äh... In dem Level hier haben wir leider kein, äh... Kein Sektzentrum, was wir erobern könnten. Und dann aber, das wäre auch problematisch. Weil wir die Chronosphäre halt nicht aufdecken dürften, ne? Genau. Tücke, 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 tücke. Diese Mucke hier, ey. So. Gut. Weite Raffinerie. Und Werkstatt. So. Ja, ich baue mich Schritt für Schritt auf. Erst hacken, dann verteidigen. Wobei man eigentlich erst verteidigen soll, aber ich hab hier ne mobile Verteidigung. Die reicht auch gegen die alliierten Panzer. Weil die sind jetzt nicht so furchterregend, die alliierten Panzer. Wo ich mir sowieso denke, äh... Was soll das? Hä? Moment mal. Hier ist Wasser. Kann der hier landen? Techzentrum. Kann der hier landen? Weil wenn ja, dann ist das ne andere Map wie die, die ich kenne. Da muss ich hier noch ne Tesla-Spule hinmachen, ja. Also hier ein, zwei Tesla-Spulen, hier ein, zwei Tesla-Spulen und hier unten ein, zwei Tesla-Spulen. Ah, der ist langsam. Nehmen wir den mal zum Erkunden. Und, äh, ja. Ja, wie gesagt, beim alliierten Arsenal frage ich mich halt auch, wie kann das sein, dass, äh, die alliierten so ein Piss-Arsenal haben, sag ich einfach mal, und die Russen so ein geiles. Das check ich nicht. War auch, wie man das so unfair gestalten kann, aber... Ja, gut. Ah, wir haben den eisernen Vorhang und ich baue Flachs. Und ich baue Flachs, definitiv. Und hier müssen Flachs hin. Alles klar, ich verstehe schon. Ja. Vier, vier Hubschrauber, ey, ernsthaft. Und auch noch Spawner, oh, Mannometer. Wir brauchen schon Silos, okay, dann bauen wir einen Mammutpanzer direkt. Ah, wegen den Edelsteinen hier, ja. Sehr geil, die Edelsteine. So. Ich baue doch schon wie verrückt, Mensch. Leute. So. Und dann die erste Tesla-Spule. So. Ja. Ech, schön viel Platz haben sie uns hier gegeben. Das finde ich super. Und auch die Struktur hier, dass man hier schön sich hier einigeln kann mit seiner Basis. Finde ich super. Dann brauche ich hier zwei Tesla-Spulen, hier oben zwei Tesla-Spulen, hier zwei Tesla-Spulen und hier zwei Tesla-Spulen. Und halt noch jede Menge Flachs. So. Die Kohle hier, die geht langsam mal aus, aber es ist kein Problem, hier gibt es noch mehr. So. Ja, dann warten wir erst mal auf die Tesla-Spulen. Spulen. So. Alles klar. Dann mehr Energie. So. Okay. Dann würde ich sagen, nutze ich jetzt die Kohle, um mich hier komplett aufzubauen mit Hubschraubern Flugzeugen, um dann genug Kraft zu haben, um die Platz zu machen da unten. Also ich weiß jetzt natürlich auch nicht bei der Map, wo die Basis von denen ist. Hahaha. Gut, dass ich die schon hierhin gebaut habe. Mach das Ding dazu. Ja, sehr gut. Alter, die Artillerien. Das gibt's ja wohl nicht. Die machen so viel Schaden an diesen Testorspulen, das ist unfassbar. Ja, was baue ich jetzt? Erstmal Flugzeuge. Ich will Spionageflieger haben. So. Alles klar. Gut. Weiter geht's hier. Zack. Mick. Jagdbomber. Vielleicht mache ich dir hier sogar sechs Flugzeuge hin. Vier Hubschrauber und eisernen Vorhang und alles. Eiserne Vorhang werde ich auch später bauen. Auf jeden Fall. Sehr nützlich, wenn der Gegner angeschissen kommt. Dann kann ich hier einfach auf die Testorspule machen und die Testorspule ist unbesiegbar. Ja. Wie Herr Stalin es schon sagte. Die tue ich einfach mal hierhin. So. Euch auch. Zack. Zack. Noch mehr Flugzeuge. Ja. Somit ist das Erz hier fast weg. Dann brauchen die ab dann ein bisschen länger zum Sammeln. So. Aber ja. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen aus. Aber ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt, weil ich die Map nicht kenne. Ich kenne das eigentlich nur, dass man hier in der Ecke ist und aber hier kein Wasser hat. Deswegen wundert mich das jetzt gerade so ein bisschen. Ja gut. Dann fahrt ihr halt schon mal rein. So. Du fährst schon mal nach links und holst Edelsteine. Du sollst nach links fahren und Edelsteine holen. Mensch. Ja. Warte. Bring erst mal deine Kohle weg. So. So. Die Mikke ist fertig geworden. Sehr gut. So. Ja. Jetzt könnte es ein bisschen dauern. Weil die Sammler halt einen weiteren Weg jetzt haben. Das habe ich halt so nicht gewusst. So. Alles klar. Da muss ich jetzt ein bisschen warten. Kein Erz sammeln, Leute. Kein Erz. So. Sammelt bitte nur Edelsteine für mich. So. Sehr gut. Der eine hat zwar ein bisschen Erz gesammelt, aber das passt schon so. Äh. Ja. Wie gesagt. Ich sag immer wie gesagt. Ich weiß warum. Auf jeden Fall kriege ich jetzt hier erst mal 2800 Credits. Und die werde ich auch brauchen. Ah. Ich werde Helipots bauen. So. Und zack. Da habe ich meine sechs Mix. Das ist doch mal geil. Team zwei. So. Aha. Äh. Ernsthaft? Der überlebt einen Schuss von der Tesla Spule. Okay. Ja. Streifschüsse halt. Ne. Ja. Dann machen wir das hier zuerst weg. So. Alles klar. So. Weg damit. Sehr schön. Sehr gut. Also eine Tesla Spule reicht da. Bis jetzt. So. Hubschrauber. Die Hubschrauber mache ich mal hier so hin. So. Mache ich hier oben noch ein paar Energien hin. Und dann passt das. Dann sollte das passen. Und dann halt Schritt für Schritt hier erkunden und so. Und dann läuft die Sache. So. Ja. Der Geldfluss ist noch vorhanden. Zum Glück. Zum Glück. Also. Ja. Einfach nur abwarten jetzt bis die Hubschrauber fertig sind. Und hier unten wäre auch noch was. Also das ist kein Ding. Mit dem Geld hier. So. Zack. Nächsten Hubschrauber. Aha. Da sind die vier Hubschrauber. Die gehen auf die Tesla Spulen. Nee. Dann verkauf. Ah. Das ist doch. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass die auf die Tesla Spulen gehen. Ah. Verdammt. Ja. Kommt. Dann. Verdammte Hacke. Gehen auf Tesla Spulen. Okay. Dann muss ich meine ganze Basis gleich zukleistern mit. Sag schon. Mit Flax. Ich glaube das mache ich aber auch jetzt lieber. Nee. Ich will eigentlich noch zu Ende bauen hier. Ja. Natürlich. Und genau jetzt. Genau jetzt wo meine Tesla Spule im Arsch ist. Kommt er hier mit so Scheiße an. Das kann ja wohl nicht wahr sein Freunde. Ah. Jetzt macht den Kack kaputt. Mann ey. So. Ihr schießt auch mal bitte. So. Meine Güte ey. Das kann schon nerven. Auf jeden Fall. Ja. So. Wenigen sammelt euch mal hier bitte. So. Müsse ich jetzt aber auch mal sehen wenn. Bitte. Ah. Das war nur ein Bomber. Okay. Aber ihr seht hier. Hier hat er einiges an Schiffen. Und äh. Ja. Komm ich baue Sechshubschrauber. Komm. Sammle du mal hier in der Nähe bitte. Alter. Hör bloß auf ey. Nee. 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 Nix. Nix da. Oh Mann. Okay. Okay. Boah. Okay. Die schaffen wir. Die schaffen wir. Komm schon. So. Danach werde ich definitiv Tesla Spulen einbauen. Weg damit. So. Tesla Spulen und Flax vor allem. Meine Güte ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Weg damit. Das passt. Sehr gut. Habe ich das jetzt voll gehalten? Ja. Habe ich gut. Sehr schön. Äh. Ja komm. Baue ich Tesla Spulen halt. Was denn jetzt schon wieder? Der will unbedingt meine Flax haben. Das ist so unfassbar. Macht ihr den mal platt da. Ah. Verdammt nochmal. Ja danke. Natürlich ey. Verdammte Scheiße. So. Mix. Angriff. Dam nochmal. So. Hört auf zu nerven ey. Ja natürlich. Der ist auch so dreist und fährt hier rein. Ey das ist. Das ist unfassbar. So. Alter. Ich brauche unbedingt Verteidigung. Ich brauche unbedingt Verteidigung. Heißt auf Deutsch Tesla Spulen. Tesla Spule Flak. Tesla Spule Flak. Tesla Spule Flak. Tesla Spule Flak. Abwechselnd. So mache ich das. Abwechselnd. So. Ja. Den letzten Hubschrauber den baue ich wenn hier alles steht. Ich muss erstmal verteidigen. So. Flak. Weitere Flak. So. Da kommt er nämlich schon wieder. Seht ihr? Da kommt er nämlich schon wieder. Ja. Soll er versuchen. Ja. Das schafft er eh nicht. Weg damit. Schaffst du oder? Ernsthaft? Der hat hier vermint? Okay. Wie bescheuert. Noch ne Flak. Ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße. Von mit den Hubschraubern ey. Ganz ehrlich. So. Hier steht ne Tesla Schwule. Da können die schon mal nach unten und da brauche ich nochmal ein Spionageflugzeug. Das kann man hier spionieren bitte. So. Ja hier ist Wasser komischerweise. Okay. Sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. So. 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 Was zur Hölle. Okay. Gut. Tesla Spule. Noch eine. Komm. So. Ne ihr bleibt mal da bitte. So. Da habe ich aber jetzt noch kein Ziel für die Bomber. Ne. Hier rein zu schicken das wäre Selbstmord. Alter. Ihr sammelt immer am anderen Ende der Karte. Ne. Das kann echt nicht wahr sein. So. Okay. Dann baue ich hier oben die nächste Tesla hin. So. Hier. Reicht das? Das reicht von der Energie her. Dann baue ich hier als nächstes noch ein Großkraftwerk. Besten zwei. Um jetzt die nächsten zwei Tesla Spulen hier zu bauen. Damit ich hier schon mal zu habe. Alter. Jetzt. Ja. Das war's. Sehr gut. So. Okay. Dann. Ach. Da kommt er schon wieder. Da kommt er mit drei Jeeps an. So. Alter Schwede. Ne. Lass das mal die Hubschrauber machen. So. So. Das schafft ihr ja. So. Dann weg damit. So. Sehr schön. Alles klar. Unsere Basis steht fast. Fast. Muss ich sagen. Fast. Die Mammutpanzer. Die stehen da auch nur rum. Ne. So. Gut. Dann würde ich sagen. Weitere Tesla Spulen. Und weiter erforschen vor allem. Damit ich endlich mal ein Ziel für die Fallschirmbomber finde. Hier ist aber auch nix. Hier ist gar nix. Okay. Verdammt interessant. Ja. So. Gut. Dann haben wir hier die zwei. Hier die drei. Da fehlt noch einer. Aber den mache ich gleich. Ich brauche jetzt erstmal Verteidigung. Weißt du was? Erkund mal ein bisschen. Ich will wissen, was hier los ist. Verdammt. Hier ist schon mal ein Durchgang. Okay. Na. Tesla Spule aufbauen. Ich kann mir echt vorstellen, dass der hier landet später. Aha. Da kommt was. Ja. Den Jeep kommt. Den Jeep, den schafft ihr auch. Ah. Drauf da. Los. Maschinengewehr. Wir gehen Maschinengewehr. Ja. Sehr gut. Und? Das ist. Der fährt einfach rein. Der fährt einfach rein. So. Jetzt vergiss es. Aha. Sehr gut. Du fährst in die... Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Der fährt hier einfach rein. So. Das haben wir hier erstmal abgedeckt. Ah. Kleines Kraftwerk noch. Wo ist das kleine? Da ist ein kleines. Ja. Komm. Dann schaffst du eh nicht hier gegen die... Nein. Oh. Meine schönen Soldaten hier. Mann. Dass die auch immer überfahren müssen. Das ist unfassbar. Nächste Tesla. So. Spionageflugzeug ist wieder bereit. Ja. So kannst du versuchen. So. Jetzt habe ich hier abgedeckt. Beziehungsweise verteidigt. So. Sehr gut. Ich muss auch noch ein paar Flachsbohnen danach. So. Ja. Jetzt nicht mehr. So. Alles klar. So. Die sammeln fleizig. Das ist schon mal gut. Was zur Hölle? Der hat nochmal geschossen. Okay. Okay. Ja. Gut. Hier eine. Tja. Dann brauche ich jetzt noch weitere Energien. Hm. Wie mache ich das jetzt am besten? Aber wisst ihr was? Ich... Ich brauche jetzt erstmal den letzten Helikopter. Okay. Die Manneken hier schafft hat. Ja. Das schafft ihr. Sehr gut. Auf euch kann man sich doch verlassen, Mensch. Auf euch kann man sich verlassen. So. Dann... Wenn der Kubschrauber gleich fertig ist, brauche ich hier die nächste Testo-Spule hin. Nachdem ich hier irgendwo Kraftwerke noch hingebaut habe, muss ich erstmal gucken, wie das da reinpasst mit den Kraftwerken. Ach. Blöd. Die reichen nicht. Wenn man noch bedenkt, dass ich gleich noch den eisernen Vorhang baue. Der frisst extrem viel Energie. Spionageflugzeug, das kann ich auch wieder sehr gut gebrauchen hier. So. Ich arbeite mich erstmal mit kleinen Kraftwerken durch, weil... Die großen, die passen ja nirgendwo hier hin, ne? So. Du-du-du-du-du-du-du. Ja. Geiler Hellmarsch hier wieder. So. Nächste Tesla. Ja, äh... 20 Minuten ohne Basis aufzubauen. Das ist Command & Conquer. Das ist wirklich definitiv jetzt Command & Conquer. Weil, ja. Weil ja. Ne, weil auch... Moment mal. Ja, doch. Das ist halt ein Prinzip des Spiels, sag ich mal. So, Moment mal. Ich glaube, das ist die gleiche Karte von damals. Aber nur ein bisschen weiter nach links gerückt, weil... Diese Struktur hier kommt mir bekannt vor. Naja, schauen wir auch nochmal weiter dann. Erkundet ihr auf jeden Fall erstmal... Ja, ja. Das ist dieselbe Karte, nur ein bisschen... Bisschen nach links erweitert. Okay. Ich verstehe. Hahaha. Hahaha. Hubschrauber. Kannst du vergessen, Junge. Geht ihr mal dahin, dann treffen die schon nicht mehr. Dann treffen die schon nicht mehr. So. So. Ah, witter, wister, warte. Ich kann hier noch ein Großkraftwerk hinbauen. So, dann mach das mal. Ein Großkraftwerk kann ich noch hier hin. Ah, oder? Nee, Moment. Nee, 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 nee. Stopp. Kann ich noch hier hin machen und dann mache ich hier die vier Silos hin. Ja. Das passt doch. Perfekt. So. Am besten noch eins direkt. Ja, ist okay. So, dann geht ihr mal da hin. So. Ich habe jetzt abgeriegelt. Verdammt nochmal. Hier mache ich am besten noch eine hin, weil das hier anscheinend die Hauptangriffs... Der Hauptangriffspunkt ist. So, Tesla-Spule. Weitere. So. Spionage. Alles klar. Dann geht ihr mal hier runter und guckt mal rein. Ah, hier ist die Basis. Hier ist die Basis, wie ihr seht. Aha. Was machst du denn? Fährst du einfach an meinem Manikon vorbei. Tss. Dumm. Naja. Okay. Würde ich sagen, ich mache das mal hier hin. Der Bomber kann es mal hier versuchen. So. Alles klar. Ah, das ist dieselbe Karte. Okay. Nee, schon gut. Dann weiß ich. Hier unten ist nämlich auch noch eine Basis. Versteckt. Hahahaha. So. Weg damit. Was? Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Ich habe doch kein Geld dafür, ey. Mann. Was? Oh. Okay. Was? Warum ist das hier im Arsch? Na ja, egal. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, so. Naja, gut. Okay. Ja, das kann er ruhig versuchen. Das ist kein Ding. Der kann tatsächlich einmal schießen, okay? Naja, gut. Diese Sounds hier. Einfach herrlich. So. Ja. Das passt doch. Ah, sehr schön. Sehr schön. So. Dann baue ich noch eine hier oben hin. Ha! Ja. Jetzt kommt hier nichts mehr rein, Freund. Nichts mehr. So. Baue ich hier noch zwei hin und dann passt das. Ich hoffe, dass die Energie ausreicht, ey. Mann, 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 Mann. So. Das könnte knapp werden. Weil hier will ich gerne meinen all seinen Vorhang hinpacken. So, Spionageflugzeug, kann mal hier hin. So. Was haben wir hier? Wasser. Okay. Nicht viel. Okay. Na gut. Ah, das ist doch die... Oder? Ist das die gleiche? Nee, das... Nee, die Karte, die ist ein bisschen weiter links. Doch. Ja, ja. Ja. Jo, Nazi. Ha, ha, ha. Oh Mann. So. Okay. Ah. Bitte was? Der hat hier vermint. Okay. Ah, genau. Speichern. Gar keine schlechte Idee. So. Spannend. Auf jeden Fall. So. Done. Ja, natürlich. Ist klar. Egal, mach das mal weg. Ernsthaft? Warum das denn? Toll, jetzt kann ich den nachbauen. Wichser. Mann. Jetzt kann ich den Sammler nachbauen. Oh, das ist so ärgerlich, ey. Das ist so ärgerlich. Oh, der ist weg. Sehr gut. Der kann direkt auf die Werkstatt fliegen. In Ordnung. Ah. Spionage. Guck mal, was da drin ist. Mitte. So. Und? Er hat zwei Schiffe. Okay. So, ich hoffe, dass die Energie ausreicht. Wahrscheinlich nicht. Energie-Niveau-Kritisch. Hey. Sehr gut. Okay. Dann baue ich mal das nächste Kraftwerk. Ah, ne. Der Sammler muss erstmal fertig werden. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ah, Mann. Ah, der ist gerade noch fertig geworden. Sehr gut. So. Alter. So. Meine Luftwaffe macht das mal. Meine Luftwaffe macht das mal. So. Weg damit. Und weg mit dem. Das schafft ihr. Ja, locker. Schaut euch das mal an, wie wenig die aushalten. So. Sehr schön. Ja. Okay. Ja.